Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 96. Folge von Schäuber fragt nach. Besonders treue und aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden sich vielleicht noch erinnern können. Ich habe am Beginn der achten Staffel von einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs berichtet, in dem dieser den ORF-Stiftungsrat in seiner jetzigen, auf die Befriedigung von parteipolitischen Begehrlichkeiten konzentrierten Form, für illegal erklärt hat. Begründung? Die gesetzliche Verpflichtung der ORF-Stiftungsräte, an keine Weisungen und Aufträge gebunden zu handeln, wurde von diesen Stiftungsräten ebenso wie von einigen politischen Parteien ignoriert. Wie hat die Politik auf diesen Vorwurf der Ignoranz reagiert? Mit noch mehr Ignoranz. Sie hat seither eindrucksvoll gezeigt, dass man auch den Vorwurf der Ignoranz ignorieren kann. Der Stiftungsrat schaut nach dem Urteil praktisch genauso aus wie vorher. Die einzige Änderung zeigt aber, dass die Politik es immerhin schafft, rutsbemäßig noch eins draufzulegen. Konkret hat die FPÖ auf die Forderung des Verfassungsgerichtshofs nach einer Entpolitisierung des Gremiums spektakulär geantwortet. Nämlich mit einem geregten Mittelfinger in Form der Entsendung von Peter Westenthaler in den Stiftungsrat. Die Idee, ausgerechnet Peter Westenthaler zum ORF-Stiftungsrat zu machen, wirkt so, als würde man einen Flat-Earth-Theoretiker in den Aufsichtsrat einer Raumfahrtbehörde setzen. Westenthaler selbst erklärt sich im Standard-Interview seine Berufung mit den Worten Die FPÖ erkennt meine Expertise. Diese Expertise hat Parteichef Herbert Kickl bekanntlich schon vor Jahren erkannt und mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht. Peter Westenthaler ist ein Polit-Chameleon ohne Rückgrat und Charakter, also jemand, der für Geld die Vorbeendet. Angesichts der eher mickrigen Aufwandspauschalen und Sitzungsgelder im Stiftungsrat dürfte jedoch eine andere Form von Expertise den Ausschlag für die Bestellung Westenthalers gegeben haben. Möglicherweise jene, die einst vom aktuellen EU-Wahl-Spitzenkandidaten der FPÖ, Harald Wilimsky, in einer Presseaussendung so formuliert wurde. Gusenbauer hat nicht oft recht, aber er hat recht, dass Westenthaler im Bewerb um den dümmsten und tiefsten Politiker wirklich der klare und unzweifelhafte Favorit ist. Aus dem Munde Wilimsky's wirkt diese Anerkennung, wie wenn Marco Odermatt einen Konkurrenten zum klaren Favoriten auf den Gewinn des heurigen Ski-Weltcups ausrufen würde. Wäre interessant, wie Wilimsky heute seine Einschätzung Westenthalers einschätzt. Er hat sich noch nicht dazu geäußert. Vielleicht hofft er, dass es die meisten schon vergessen haben. Aber auch da hat sein Parteichef Herbert Kickl schon warnende Worte gefunden, nämlich Die Verräter an der E.T. Österreichs unterschätzen die Charakterfestigkeit, die Intelligenz und das Erinnerungsvermögen der Österreicherinnen und Österreicher. Erstaunlich, mit welcher Bereitschaft zur Selbstkritik hier Kickl auch ein mögliches künftiges Problem seiner Putin-freundlichen Partei anspricht. Aber was ist jetzt mit der Expertise von Westenthaler? Denkbar vielleicht, dass Westenthalers einzigartige Erfahrenheit im gelassenen Umgang mit extremen Attacken seitens der politischen Gegner gemeint ist. Seine diesbezügliche Praxiserfahrung beschreibt er selbst so. Dieser Busig lässt keine Gelegenheit aus, die FPÖ anzubinkeln. Beim ersten Mal haben wir gesagt, gut, schlucken wir das runter. Weiter, Respekt. Das sind echte Nehmerqualitäten. Die musste Peter Westenthaler sogar dann unter Beweis stellen, wenn Leute sich für ihn eingesetzt haben. So hat zum Beispiel Frank Stronach vor Gericht eine außergewöhnliche Erklärung zur Veranschaulichung der Unschuld von Peter Westenthaler vorgebracht. Ich kann nicht sagen, dass der Peter Schultz sein soll. Das ist wie mit dem Hund, der irgendwo hinmacht. Und dann war die Frau Schultz. Dabei ist es dem Mann sein Hund. Der Peter schluckt es also nicht nur runter, der lässt es auch wieder raus. Aber qualifiziert ihn diese Expertise wirklich zum ORF-Stiftungsrat? Vielleicht geht es ja in Wahrheit um das, was Westenthaler unlängst in einem Korea-Interview beklagt hat. Es gibt ja nichts mehr zum Lachen in ORF. Hier könnte das künftige Stiftungsrat-Mitglied seine Entertainment-Expertise zum Einsatz bringen. Mit einem Beispiel dafür befasst sich gerade die für die Aufarbeitung der Ära Pilnercheck zuständige Untersuchungskommission im Justizministerium. Konkret mit der Selbstanzeige eines ehemaligen Novomatic-Geschäftspartners, der angab, ein paar Jahre lang monatlich 4.500 Euro aufgeteilt in neun 500er Scheine im Auftrag des Glücksspielkonzerns an den damaligen Nationalratsabgeordneten Peter Westenthaler übergeben zu haben. Von einer dieser von drei eidesstaatlichen Erklärungen bezeugten Übergaben existiert sogar eine Tonaufzeichnung, auf der man Westenthaler sagen hört, sieben, acht, neun, passt, danke. Bei seiner Einvernahme dazu stritt der mutmaßlich Beschenkte jedoch alles ab und erklärte, es habe sich auf der Aufnahme um das Aufzählen von Roulette-Tischen gehandelt. Er hätte von einem neuen Casino erzählt und dass in diesem Casino fünf, sechs, sieben, acht Tische nebeneinander stehen. Interessanterweise hatte diese Aussage nicht nur schallendes Gelächter, sondern auch die Einstellung des Verfahrens wegen illegaler Parteifinanzierung zur Folge. Die von Westenthaler hier unter Beweis gestellte Expertise im Bereich humoristischer Schmähdandlerei könnte er künftig dem ORF zugute kommen lassen. Sie würde den Zählmeister speziell qualifizieren für die Moderation der Spielshow, neun Plätze, neun Schätze. Eine andere Lieblingszahl von Westenthaler dürfte die Zahl 300.000 sein. Eine seiner politischen Forderungen war, dass 300.000 Menschen aus Österreich deportiert werden sollten. Das zu einer Zeit, wo er mit dieser Forderung ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Ein Martin Sellner wollte damals nur ein paar Türken aus Baden in die Türkei abschieben und hat noch Hakenkreuze auf Synagogen geklebt. 300.000 war aber auch die Eurosumme, die Westenthaler für sein läppisches Gutachten von den Casinos Austria bekommen hat. Spätestens als das bekannt wurde, dürfte es auch mit seinen guten Beziehungen zur Novomatic vorbei gewesen sein. Novomatic wird es rasch verschmerzt haben. Die guten Beziehungen zur Politik sind auch ohne Westenthaler eine Spezialität des Glücksspielkonzerns. Im Vormonat wurde Stefan Krenn neues Vorstandsmitglied der Novomatic AG. Begonnen hat er seine Karriere im Parlament, nämlich als Mitarbeiter des aktuellen ÖVP-EU-Wahl-Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka. Dann wechselte er zur Agentur Hochäger und war dort unter anderem verantwortlich für eines der spannendsten Dokumente der österreichischen Realpolitik. Nämlich den legendären Masterplan Novomatic. Also jenes Strategiepapier, das Peter Hochäger selbst als sein Drehbuch für Korruption bezeichnet hat. Darin werden Novomatic-Mitarbeiter unterrichtet, an welche Politiker sie sich mit Anliegen des Glücksspielkonzerns wenden sollen, welche Methoden dabei am meisten Erfolg versprechen und wie man diese Politiker dazu bringt, im Interesse der Novomatic zu handeln. Das alles hat Stefan Krenn in unvergessliche Sätze gekleidet wie »Für all diese Gespräche ist die Konzeption und Ausarbeitung von konkreten Win-Win-Situationen erforderlich« oder »Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie für sich einen konkreten Nutzen darin sehen.« Jetzt erst lässt sich erahnen, auf Basis welcher Erfahrung Krenn diese Handlungsanweisungen so feinsinnig formulieren konnte. Im Kurierinterview anlässlich seiner Berufung in den Novomatic-Vorstand erzählt er der Novomatic-Konistin Andrea Hodaschek über seine Zeit bei Reinhold Lopatka. Das war eine sehr spannende Erfahrung, weil man gelernt hat, sich rasch auf unterschiedliche Themen einzustellen und komplexe Sachverhalte strukturiert aufzuarbeiten. Wie strukturiert er das Gelernte später umgesetzt hat, kann man im Masterplan Novomatic nachlesen. Dort schreibt er »In dieser ersten Lobbing-Phase sind konkret persönliche Gespräche mit folgenden Stakeholdern zu koordinieren.« Dann kommt eine Liste, die von zwei Namen angeführt wird. Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Generalsekretär der ÖVP Reinhold Lopatka. Die für Karl-Heinz Grasser im Auftrag von Novomatic ausgearbeiteten Win-Win-Situationen sind ja mittlerweile bekannt. Bei Reinhold Lopatka scheint es angesichts seiner Siegesaussichten bei der EU-Wahl fast ein bisschen tröstlich, wenn wenigstens irgendwann einmal in seinem Leben eine Win-Win-Situation für ihn geschaffen wurde. In einer Win-Win-Situation bin ich mit meinem Weinkisterl von der Venea Wachau. Die Verkostung der mir geschickten Weine bringt einerseits Gewinn an Lebensqualität und andererseits auch Erkenntnisgewinn. Zum Beispiel zum Thema Weine vom Donau-Südufer. Die standen lange Zeit ein bisschen im Schatten der berühmten Weine von der anderen Seite. Aber daran ändert sich gerade was. Ein Hauptverantwortlicher dafür ist das Weingut Frischengruber in Rührsdorf. Die zeigen, was in der Gegend um Rossatz an Spitz und Qualität alles möglich ist. Und was ich da im Glas habe, ist noch einmal eine eigene Liga. Gemeinsam mit seinem Bruder Heinz, der auch als Kellermeister die Domain Wachau auf ein neues Level gehoben hat, macht Georg Frischengruber auf der von ihnen Omas Weingarten genannten Lage Kreuzberg einen Riesling der Sonderklasse. Klare Frucht, perfektes Säurerückgart, großes Potenzial. Einer der besten Weine, die ich in den letzten Jahren aus der Wachau verkosten durfte. Prost! Eine Win-Win-Situation gibt es beim Automaten-Glücksspiel nur für die Betreiber und für den einen oder anderen Politiker. Für die Spieler endet es praktisch immer mit einer Lose-Lose-Situation. Mein heutiger Gast hat all das als Geschäftspartner der Domomatik aus nächster Nähe miterlebt. Es ist der ehemalige Rapid-Tormann Peter Barthold. Grüß dich Peter! Hallo lieber Florian! Es gibt in Österreich vermutlich niemanden, der derartig viel Insider-Wissen über die Glücksspielbranche und den Konzern Novomatic hat wie du. Wie bist du dazu gekommen? Eigentlich über Umwegen. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, war dann im Gymnasium, wollte Tierarzt werden. Aber ich könnte kein Tier einschläfern, deshalb bin ich da gescheitert. Und dann hat mich Rapid direkt aus dem Gymnasium herausgekauft. Und ich war dann zwölf Jahre bei Rapid. Das war mein beruflicher Einstieg. Und ich habe da mit dem Hans Krankel und der anderen vor zigtausenden Zuschauern gegen AC Milan, Athletic, Matrika, La Tassara etc. gespielt. Und dort herrscht wirklich ein Druck. Deshalb kann mich niemand mehr unter Druck setzen. Und das ist für mich kein Problem. Und ich habe ab 2000, weil bin ich dann beim Glücksspiel eingestiegen. Ich bin leider Gottes falsch abgebogen im Leben. Ich hätte ein Angebot gehabt aus Deutschland im Fußball, bin aber dann dem Angebot des Glücksspiels gefolgt. Und ich habe dann von 2001 bis 2014 tagtäglich die Fratze, muss man schon sagen, des Glücksspiels gesehen, persönlich. Und ich habe verabsäumt, hier einzuschreiten. Und deshalb habe ich eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft. Warum ist Automatenspielsucht so ein besonderes Problem für unsere Gesellschaft? Das ist insofern ein Problem in erster Linie durch die schnellen Abläufe. Wenn ich heute Lotto spiele oder von mir aus auch Sportwetten und da sind die Ereignisse tagelang auseinander, dann ist die Suchtgefahr nicht so groß, während beim Automatenspiel das in Sekunden geht. Und ein paar Sekunden später kommt schon wieder das nächste Ereignis und das nächste Ereignis. Und vor allen Dingen die Summen, die dort verspielt werden, sind ja jenseits jeder Grenze. Und ich habe das, wie gesagt, persönlich gesehen. Ich sage nicht irgendwas und erzähle nicht irgendwas, was ich gehört habe, sondern ich habe das selber gesehen, was das kleine Glücksspiel angerichtet hat. Ich habe gesehen, wie Familien zerbrechen, wie Existenzen zugrunde gehen, wie Schlägereien waren. Es ist also ganz, ganz schlimm. Und niemand kann mir erklären, also ich brauche keinen Politiker, der mir etwas erklärt vom Glücksspiel. Wenn ich heute höre, wir haben ein strenges Spielerschutzgesetz in Österreich, muss ich lachen. Wenn mir der Finanzminister, der dafür zuständig ist, treuhändig erklärt, ja der Spielerschutz ist so gut jetzt, es ist eine Farce. Wir haben als eines der wenigen Länder in der EU einen Automatenhöchsteinsatz von 10 Euro und einen Höchstgewinn von 10.000 Euro. Das bedeutet, dass wir außerhalb von Spielbanken in 20 Minuten ein Monatsgehalt verspielen können. Und da muss mir der Herr Finanzminister erklären, wo da ein Spielerschutz ist. Es hilft dem Spielsüchtigen überhaupt nichts, wenn er registriert wird bei der Kassa, einen Ausweis bekommt und geht dann rein und hat binnen 20 Minuten sein Monatsgehalt verspült. Wo ist da Spielerschutz und was machen vor allem die Leute? Das erste Drittel schmeißt sie am liebsten vor dem nächsten Zug. Das zweite Drittel geht nach Hause, ist aggressiv gegenüber der eigenen Familie. Und das dritte Drittel, und das sind dann die gefährlichen, die überfallen Leute oder versuchen durch andere kriminelle Handlungen Beschaffungskriminalität zu machen und das Geld zurückzuholen. Und das nächste Problem ist, dass wir die Klientel, die wir schon hatten damals von 2001 bis 2014, haben zum Großteil Migrationshintergrund. Jetzt kommen die teilweise, diese armen Kerlen kommen teilweise aus Ländern, wo Glücksspielverbot herrscht, komplettes Verbot. Und jetzt kommt der da her und sieht, die kann 10.000 Euro gewinnen mit 10 Euro Einsatz. Jetzt glaubt der tatsächlich, das gewinnt er. Und das ist eigentlich das, was überhaupt nicht korrekt ist. Und da gibt es in der Politik so viele Versäumnisse, die jahrelang durch massiven Lobbyismus aufgebaut wurden. Und ich bin neugierig, wenn wir neue Wahlen haben und eine neue Regierung, ob da einmal was passiert. Die Idee von kleines Glücksspiel war ja, die Höchsteinsätze zu limitieren und quasi eine Gegenwelt zu schaffen, die sich auch Menschen, die sich einen Casino besuchen, nicht leisten können, vergleichbar zum Beispiel, dass die dort halt eine Möglichkeit haben, kleine Gewinne oder Verluste zu machen. Wie wurde das umgangen? Naja, das wurde relativ einfach umgangen. Und zwar war die Software der Automaten so konzipiert, dass sie durch zwei Tastendrucke den Einsatz erhöhen konnten auf bis zu 10 Euro. Und das erlaubt wären gewesen vom Gesetz her zwischen 50 Cent Höchsteinsatz und 200 Euro Höchstgewinn. Und das war die Grundlage dafür quasi? Das war die Grundlage. Das war geregelt im Veranstaltungsgesetz, das die Grundlage war. Und der Betreiber des kleinen Glücksspiels in Wien wurde dann nachträglich im Jahr 2017 vom Höchstgericht rechtskräftig wegen illegalen Glücksspielen verurteilt. Passiert ist nichts, auf Deutsch gesagt. Da hat es parlamentarische Anfragen gegeben an den Finanzminister Löger damals. Da sind Antworten gekommen, die spotten jeder Beschreibung. Das Höchstgerichtsurteil ist eine Einzelfallentscheidung, wobei das alleinig schon absurd ist, weil jedes Gerichtsurteil ist eine Einzelfallentscheidung. Mittlerweile sind nachfolgend mehrere Urteile erfolgt. Die Stadt Wien ist auf Seiten der Kläger als Nebenintervenient bei den Prozessen beigetreten und haben diese ganzen Entschuldigungen, die da gekommen sind und die Rechtfertigungen eigentlich in der Luft zerrissen. Das war die Novomatic, die 2017 verurteilt wurde vom OGH. Kann man sagen, dass Automatenbetreiber ihr Geschäft eigentlich hauptsächlich mit den Spielsüchtigen machen? Zu einem großen Prozentsatz. Weil es ist ja ganz klar, das ist jetzt eine Sache nicht nur des Intellekts. Ich habe Freunde, die in dieses Spiel hineingekippt sind, die selbstständig waren, die durchaus intelligent waren. Aber diese Automaten sind ja nur dadurch konzipiert, um die Spieler abhängig zu machen und in die Falle hineinzulocken. Durch diese schnellen Abläufe glaubt jeder, beim nächsten Drehung, beim nächsten Drücker, beim nächsten Mal kommt der Gewinn. Und der kommt aber sehr, sehr selten und meistens bei den falschen Leuten. Du hast ja, glaube ich, auch mitbekommen, ein wie gutes Geschäft es ist, Automaten aufzustellen. Ja, wir haben von 2000, wie der Beginn war, war ich schon für mich als Einsteiger schon eigenartig. Wir haben das erste gemeinsame Geschäft, das gemeinsam von uns finanziert wurde. Meine Firmen haben den Gastronomie-Teil betrieben und die Automaten, den Wettbereich, wurde eben dann von den anderen Firmen betrieben. Und da war für mich schon komisch, dass bei der ersten Geschäftseröffnung tauchten plötzlich hochrangige Politiker, teilweise hochrangige Polizeibeamte auf, die teilweise sogar noch heute in der Politik tätig sind. Und das war für mich als Newcomer eigentlich ein Zeichen, wenn in einem Vorstadtlokal, das eigentlich nicht wichtig ist, plötzlich solche Prominenz auftritt, dass da irgendwas im Busch ist. Du hast dieser Tage vor der von Martin Kreutner geleiteten Pilnercheck-Untersuchungskommission im Justizministerium ausgesagt. Worum ist es da gegangen? Naja, es geht darum, dass diese Kommission eingesetzt wurde, eben aufgrund des veröffentlichen Mitschnitts von der Pilnercheck-Doku. Und darum geht es, weil auf dieser Doku ja zu hören ist, dass der Herr Pilnercheck gesagt hat, dass auf ihm Druck ausgeübt wurde und er Verfahren hätte beeinflussen sollen. Ich habe den Herrn Pilnercheck leider Gottes nie persönlich kennengelernt, weil er hat viele Fragen an ihn gehabt. Das ist leider nicht zustande gekommen. Aber ich habe bei der Kommission, wo ich den höchsten Respekt habe, weil das sind sieben Leute, die völlig unabhängig sind und absolute Top-Experten. Das war ein tolles Gespräch, dreieinhalb Stunden lang. Und bis im Juni soll alles fertig sein. Und wer mein Verfahren kennt, das über drei Jahre gegangen ist und die Verfahrenseinstellungen dazu, wird sich seine Gedanken darüber machen. Das heißt, hast du aus Hoffnung, dass da tatsächlich noch was im Nachhinein aufgeklärt wird, was damals juristisch niedergeschlagen wurde? Ja, ich persönlich brauche keine Hoffnung dazu hegen, weil ja alles eingestellt wurde. Das war ein glamouröses Verfahren, das 2017 begonnen hat bis 2020 und ein berichtspflichtiges Verfahren. Und ich habe damals eine Selbstanzeige erstattet, weil zwei Firmen von mir für illegale Parteienfinanzierung verwendet wurden. Das ist alles eingestellt, trotz meiner Selbstanzeige und auch alle anderen. Da war der Generaldirektor des Glücksspielskonzerns und, und, und waren da ebenfalls als Beschuldigte geführt. Und ein Strang nach dem anderen ist eingestellt worden. Und teilweise, erstens einmal muss man dazu sagen, dass dieses Verfahren in Wien begonnen hat, beim Dr. Denk als Staatsanwalt, der dann im PUVOK-Prozess war. Und als ich dort die Politikerbezahlung und die illegale Parteienfinanzierung öffentlich gemacht habe, war auf einmal dieses Verfahren eine Woche später nach Innsbruck verlegt. Und der Staatsanwalt in Innsbruck hat bis zum Ende des Verfahrens kein einziges Mal mit mir persönlich gesprochen. Trotz Aufforderung von mir, dass es neue Beweise gibt. Und so wurde ein Strang nach dem anderen eingestellt. Dann habe ich Beschwerde eingelegt bei der WKStA. Und drei Wochen später dann ist die Verfahrenseinstellung gekommen, die letzte Verfahrenseinstellung. Und da schreibt dasselbe Staatsanwalt, der vorher drei Jahre lang bei allen Einstellungen geschrieben hat, meine Aussagen sind teilweise nichtstringend oder teilweise weltfremd oder widersprüchlich. Dasselbe Staatsanwalt schreibt dann Ende 2019, schreibt er dann, es gibt keine Beweise, dass das, was der Herr Barthold 2016 gesagt hat, unrichtig war. Da passt ja irgendwas nicht zusammen. Das klingt sehr spannend. Das klingt sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was da noch herauskommt bei dieser Geschichte. Im Juni sollte man es wissen. Halten wir die Daumen. Du hast auch als Auskunftsperson im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßlicher Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung ausgesagt. Da gab es schon eine sehr spannende Vorgeschichte dazu. Was ist da passiert? Ja, es war so, dass nach der letzten Verfahrenseinstellung Ende 2019 wurde dann 2020 dieser Ibiza-Ausschuss ins Leben gerufen. Und meine Geschichte war natürlich vorher schon jetzt öffentlich durch dieses WKStA-Verfahren. Jetzt wurde ich am 30. September 2020 als Auskunftsperson für den Ibiza-Ausschuss vorgeladen. Und die Vorgeschichte ist so, es gab oder es gibt noch immer einen Lobbyisten, der aus dem Glücksspielbereich kommt, der ist stadtbekannt, der betreibt auch einen Blog, einen Online-Blog im Internet und der verleumdet mich seit Jahren. Der schreibt Dinge, die mittlerweile alle widerlegt sind, die er widerrufen hat müssen. Und derjenige, dieser Lobbyist, hat ungefähr eine Woche vor meiner Aussage im Ibiza-Ausschuss mit Hilfe eines Mediums aus dem Boulevard Stimmung gemacht gegen mich. Da ist drinnen gestanden, es kommt, jetzt wird es schmutzig, jetzt kommt ein Unternehmer aus dem Glücksspielbereich etc. Und zehn Tage vor meiner Aussage ist plötzlich ein Mann mit mir in Kontakt getreten, den ich noch nie persönlich gesprochen hatte, aber ich wusste, dass er aus dem Glücksspielbereich kommt. Der hat mich angerufen und hat dann gesagt, er möchte mit mir reden, er kommt von Novomatic, hat er behauptet, das kann ich nicht überprüfen. Und er hat gesagt, er kommt von Novomatic und sie wollen sich mit mir einigen, damit diese Sache endlich aus der Welt geschafft ist. Das ist dann zehn Tage lang gegangen, es wurde mir ein Angebot unterbreitet und dann wurde mir mitgeteilt von einem E-Mail-Account, was ich im U-Ausschuss hätte aussagen sollen. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben und gesagt, ich kann unter Wahrheitspflicht versichern nicht lügen und das kann ich alles nicht sagen, weil es alles dem widerspricht. Da war ich drinnen gestanden in diesem Vorschlag oder was sie wollten, dass ich sage, Novomatic hat nie illegales Glücksspiel betrieben, sie waren ein Top-Partner für mich, es waren die schönsten Lokale, die Automaten wurden von der Stadt Wien genau überprüft, also lauter solche Sachen. Wenn ich das gesagt hätte, hätten sie mich wahrscheinlich vom Ibiza-Ausschuss sofort verhaftet. Ich hätte auch sehr gelacht, wenn ich das gehört hätte, muss ich ehrlich sagen, weil es so absurd ist, aber gut. Das geht dann im Ausschuss natürlich weiter. Am selben Tag meiner Aussage, also am 30. September, hat dieser Lobbyist auf seinem EU-Infoblog hat er veröffentlicht, dass ich mich mit den Sozialdemokraten, den NEOS und mit den Grünen abgesprochen hätte über meine Aussage im U-Ausschuss. Was von Haus aus natürlich schon einmal absurd ist, weil meine Geschichte schon lange öffentlich war, durch das jahrelange Verfahren. Also jeder Abgeordnete hat genau gewusst, welche Themen ich sagen kann und zu welchen Themen sie mir Fragen stellen können. Das hat er dort, und dann kommt das politisch Interessante, die drei Parteien, die er beschuldigt hat, die Grünen, die NEOS und die Sozialdemokraten, hatten diesen Block, diesen Schriftsatz nicht. Der ist am selben Tag während meiner Aussage entstanden, aber die Abgeordneten der anderen zwei Parteien hatten den plötzlich vor sich liegen. Also da muss ein Kontakt entstanden sein. Und fast die gesamte Fragezeit wurde von zwei Abgeordneten dort, Fraktionsführern, dazu benutzt, um mich zu löchern und zu fragen, ob ich mich abgesprochen hätte mit diesen Personen. Ich habe von Haus aus gesagt, die Grünen, Stöckmüller und die Frau Thomas Selle, die habe ich überhaupt nie persönlich kennengelernt. Das erste Mal dort im Saal beim Ibiza-Ausschuss. Dann von den Sozialdemokraten, die sie ins Spiel gebracht haben, den Jan Greiner. Der war an dem Tag, an dem er mit mir gesprochen hätte sollen, war der auf einer Bergtour oder war er dann nachweislich. Also lauter solche Sachen. Und was jetzt dann kommt, ich habe dann im U-Ausschuss diese Sache mit der versuchten Manipulation meiner Aussage öffentlich gemacht. Daraufhin ist der Vorsitzende, Nationalratspräsident Sobotka, aufgestanden und hat gesagt, na, das ist strafrechtlich höchst relevant und gehört angezeigt. Ja. Jetzt wäre mir schon ein langer Bord gewachsen, weil es ist natürlich nicht angezeigt worden. Jetzt musste ich das selber machen. Ich habe dann Anzeige erstattet, daraufhin wurde ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Wien eröffnet und am 15. Mai vorigen Jahres ist dieser Lobbyist und sein Partner strafrechtlich verurteilt worden. Das ist jetzt in der ersten Instanz. Da gibt es eine Urteilsbegründung des Richters, wo der Richter in der Urteilsbegründung sagt, es steht für ihm außer Zweifel, dass diese versuchte Manipulation stattgefunden hat. Und zu den Anwälten hat er gesagt, sie bringen die schriftlichen Beweise nicht weg. Und das werden wir jetzt einmal sehen, was bei dieser Berufung rauskommt. Ich habe meine Meinung dazu, aber das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Auf alle Fälle ist eben das passiert. Anzeige wurde keine erstattet. Wenn Anzeige erstattet hätte werden müssen, dann hätte man auch den Glücksspielkonzern mit anzeigen müssen, weil sie die ja ausgegeben haben als Vertreter des Konzerns. Also das ist einmal nicht passiert. Da war vielleicht der Herr Sobotka auch ein bisschen unbedacht und vorschnell, weil aus seiner Geschichte wissen wir ja, er war Leiter des Alles-Mock-Institutes und die wurden ja von der Novomatic unterstützt. Und zwar war sehr interessant, ihre Formulierungen, dass sie nicht direkt, sie hätten nicht Geld gezahlt, sie hätten nur Rechnungen übernommen für das Alles-Mock-Institut. Dass wir darum so arm waren, dass es nicht einmal eine eigene Adresse hatte und bei der ÖVP wohnen musste und die gemeinsame Telefonnummer mit der ÖVP hatte. Also die waren so wirklich arm, haben die Unterstützung von der Novomatic offensichtlich gebraucht. Aber ich finde den interessanten Denkansatz, wir übernehmen Rechnungen. Siehst du da vielleicht einen Wechsel in der Art der Schmierkultur? Weil man früher hat gesagt, okay, im Kuvert aber reichen auch Geld. Ja, das ist eigentlich der direkte Weg. Aber jetzt heißt es, sollte man eigentlich, wenn man weggeht, immer Rechnungen mithaben und fragen, vielleicht können Sie mir Rechnungen übernehmen. Naja, so viel weiß hat es ja da einen ehemaligen Vizekanzler gegeben, der seine Restaurantrechnungen auch dann weitergegeben hat zur Übernahme an die eigene Partei. Aber das ist einmal beiseite. Aber ich selbst, das habe ich ja schon gesagt, ich spreche grundsätzlich nicht über Sachen, du wirst von mir nie hören, ich habe gehört oder ich glaube, das gibt es bei mir nicht. Also ich spreche nur über Fakten, wo ich selbst dabei war oder was ich beweisen kann. Und das ist ganz einfach so. Ein Wort noch zu dem Lobbyisten. Das ist der Professor Gerd Schmid, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, der auf Express TV eine eigene Sendung hatte mit dem Richard Schmid, der sehr oft in der Öffentlichkeit auftritt. Welche Funktion hat der für die Novomatik? Ich war bei keinen Gesprächen dabei, die er mit Novomatik geführt hat. Aber aus den Medien und aus Gerichtsprotokollen gehen eindeutig die Sachen hervor. Erst nach dem Prozess, wo er verurteilt wurde, hat es eine Anfrage gegeben, wo in der Karibik, in Curaçao, was der Inbegriff eigentlich des gefährlichen Online-Glücksspiels ist, wo mit niederländischen Lizenzen gearbeitet wird. Und da gibt es einen Anwalt, der eigentlich berüchtigt ist, einen Holländer, der gegen das Glücksspiel vorgeht. Und es wird immer behauptet, der Herr Schmid arbeitet selbstständig und ist nur im illegalen Glücksspiel tätig. Und der Herr Schmid hat in die Karibik geschrieben, das ist noch nicht so lange her, an diesen Anwalt, dass er die Markenschutzrechte der Novomatik vertritt. Und das ist schon interessant, Markenschutzrechte sind nicht illegales Glücksspiel. Das ist nicht vor zehn Jahren passiert, sondern das war ein voriges Jahr. Ein Lobbyist quasi hobbymäßig dann sich mit sowas beschäftigt. Ja, er hat ja lustige Aussage gemacht bei einem Prozess in Graz, wo er die Rechte, ich glaube, das war damals Thomas Sochowski, der eh bekannt ist, der auch im Aufstellbereich tätig war, hat Casinos gehabt, weiß ich jetzt nicht genau, auf alle Fälle war da ein Prozess. Und da hat der Schmid behauptet, er hat vom Sochowski die Rechte von Spielerklagen gekauft. Und hat es dann aber, wie wir gehört haben, nicht weiterverfolgt richtig. Und er hat dafür, glaube ich, 900.000 Euro bezahlt und hat vor Gericht gesagt, das war eine gute Tat für die Novomatik. Also, okay, das ist bitte, das ist aus einem Gerichtsprotokoll. Das klingt zwar ganz schön, aber für mich nicht ganz logisch, dass ein Privatmann, der nur gegen das illegale Kriegsspiel bekämpft, bekämpft, dass der 900.000 Euro zahlt dafür, dass er Rechte kauft, wo Novomatik geklagt werden könnte. Faszinierend. Ja, Gutmenschentum nimmt manchmal ganz seltsame Wege auch. Ja, das kann man sagen. Verblüffen. Ich habe vorhin auch vom Masterplan Novomatik erzählt. Laut Peter Ohriger das Drehbuch für Korruption, das seine Agentur für Novomatik-Mitarbeiter geschrieben hat. Darin enthalten der Grundsatz, Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie für sich einen konkreten Nutzen darin sehen. Wie hast du die praktische Umsetzung dieser These erlebt? Ich habe es selber natürlich massive Korruption erlebt, weil, das war auch der Grund meiner Selbstanzeige, weil zwei meiner Firmen benutzt wurden. Eben für Politikerbezahlung und für illegale Parteienfinanzierung. Das war die massive Korruption. Aber dann gibt es ja eine zweite Korruption, die man eigentlich nicht nachweisen kann. Und da geht es darum, um diese viel gerühmte Spendentätigkeit, wo eben Glücksspielkonzerne, Fußballmannschaften sponsern, bei uns in Österreich sogar alle drei Bundesligen, erste Bundesliga, zweite Bundesliga und die Damenfußballbundesliga nach einem Glücksspielunternehmen benannt sind. In Deutschland hat sich mittlerweile eine Gegenbewegung etabliert. Da sind die, die heißen die Kurve, das sind eigentlich die Ultras von den Bundesliga-Vereinen, die sich gegen Wettanbieter ausgesprochen haben und gesagt haben, kein Geld mehr von Wettanbieter. Und jetzt, um zum Peter Hochäcker zu kommen. Ich war damals 2018 Beobachter beim BUWOG-Prozess und habe dort in einer Prozesspause den Peter Hochäcker in der Cafeteria kennengelernt. Ich bin mit ihm sehr lange unterhalten und mittlerweile, glaube ich, kann man fast sagen, wir sind befreundet. Ich habe ihn sehr respektiert. Vor allem hat mir bei ihm eines gefallen, was sonst kaum jemand anderer macht. Er hat einen Fehler gemacht und er hat den Fehler eingestanden, war sich darüber im Klaren und sagt jetzt natürlich auch, was Sache ist und sagt seine Meinung dazu. Und dafür hat er meinen Respekt. Und wie wir dabei sind jetzt, er hat damals einen Mitarbeiter gehabt, der außerparlamentarischer Mitarbeiter einer Regierungspartei war und der heute in höchster Position bei Novomatic tätig ist im Top-Management. Und ich habe jetzt ein Schriftstück vor mir vom 05.07.2006. Da war ein Finanzausschuss. Und wenn man weiß, am 13.07.2006 war die letzte Parlamentssitzung vor der Sommerpause terminisiert. Und da schreibt, die Sitzung hat stattgefunden von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Und um 14.30 Uhr, also vier Stunden später, schreibt dieser Mitarbeiter, sehr geehrtes Gaming-Team, anbei darf ich Ihnen aufgrund des heutigen Finanzausschusses einen kurzen Status Quo zum Stand unserer Bestrebungen bezüglich einer zusätzlichen Konzession geben. In der heutigen ÖVP, BZE, FPÖ-Vorbesprechung zum Finanzausschuss, die von 8.30 Uhr bis 10 Uhr stattgefunden hat, wurde auch das Thema Glücksspiel thematisiert. Und dann geht es halt weiter, wo er verschiedenes schreibt. Und es ist einmal interessant, dass er diese Wahrnehmung bereits hat. Er muss eventuell drinnen ein Sitzen gehabt haben, der ihm diese Infos gibt. Bezeichnet ist dann etwas. Am 3. Juli 2006 hat dieser Mitarbeiter gezeichnet ein Schreiben an den Klubobmann Herbert Scheibner, freiheitlicher Parlamentsklub BZÖ, damals in der Regierung. Sehr geehrter Herr Klubobmann, wie mit Herrn Maischberger besprochen, darf ich Ihnen anbei den Gesetzesänderungsvorschlag zur Novellierung des Glücksspielgesetzes sowie einen kurzen Status Quo und einige Medienberichte zum Thema übersenden. Mit besten Grüßen, Unterschriften. Und hintendran hat er gleich den gewünschten Abänderungsantrag dazugehängt. An die Abgeordneten, stummvollen, neue Kolleginnen und Kollegen. Also das ist natürlich, finde ich, schon interessant. Das heißt, kurz zum Verständnis. Es handelt sich um den Stefan Krenn. Und der beschreibt jetzt einerseits im Masterplan Novomatic, wie man das machen muss, wie man sich an die Politiker wenden muss, Änderungsvorschläge im Glücksspielgesetz jetzt direkt gleich an die betreffenden Abgeordneten quasi schicken. Gleich hat er den Brief hinten angehängt. Ja, und du hast quasi den Brief dazu auch noch, wo er den schwarz auf weiß hat. Also er wurde wirklich dem Abgeordneten geschickt. Da ist der Gesetzesänderungsvorschlag. Bitte das so beschließen. Und von der Runde, wo die gemeinsam gesessen sind, hat er auch sofort die Information gehabt. Also quasi hat die Novomatic mitregiert in Österreich. Wenn es ging um neue Glücksspielgesetze, sind die mit am Tisch geschessen und haben quasi gemeinsam beschlossen. Es gibt ja, glaube ich, auch vom Professor Schmidt ein formuliertes Gesetzestext, der über die Kanzlei Böhmendorfer eingereicht wurde. Das heißt, es war also total, hier ein in sich geschlossener Kreislauf quasi, der Beeinflussung der Politik, der Politik einmal zu sagen, worum geht es? Und was für ein Gesetz wollen wir haben? Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurde beim Novomatic-Gründer Professor Johann Graf eine Schenkungsliste gefunden. Warum ist diese Liste so brisant? Ja, erstens einmal ist sie schon einmal brisant durch das Verstecken der Liste. Das Zweite ist, dass auf dieser Liste 130 Millionen Euro verschenkt wurden. Und es sind viele Personen darauf, die eigentlich die Staatsanwaltschaft nicht zuordnen konnte oder nicht genau zuordnen konnte. Und ich habe nach meiner Aussage im Ibiza-Ausschuss, die war am 30. September 2020, und im November 2020, zwei Monate später, habe ich die erste Ladung als Zeuge bekommen. Und von 2020 bis heute laufend, habe ich über 80 Stunden Zeugenaussagen machen können oder müssen bei der Großbriefstelle der Finanz, bei der WKStA, beim Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Sokotep und Staatsanwaltschaft Wien. Und ich glaube, das sagt doch einiges über die Glaubwürdigkeit deines Zeugen aus, wenn du über 80 Stunden einvernommen wirst. Weil wenn die verschiedenen Justizbehörden dem nicht Glauben schenken, dann sagen sie wahrscheinlich nach der ersten Einvernahme. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben das zur Kenntnis genommen, aber es braucht kein weiterer Einvernahme mehr. Und da ist es eben auch gegangen um diese Schenkungsliste. Und da sind Personen drauf. Ich meine, es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das sollen die Großbriefstelle der Finanz- oder andere Behörden machen. Aber da sind Personen drauf, wo ich finde, dass eine Schenkung eigenartig ist. Es beginnt bei den beiden CEOs der Novomatic, eben beim Dr. Wolfert und beim Neumann, die beide Millionen Geschenke erhalten hatten, obwohl sie lange Zeit als CEOs tätig waren. Und ich glaube, jedes normale Unternehmen hätte diese beiden Mittelsbonus befriedigt, wenn sie so gute Arbeit geleistet hätten. Dazu brauche ich keine Schenkung. Weil dadurch erspare man natürlich auch die Steuer. Und dann waren nur auch aus der Politik Leute darauf und direkt aus dem Glücksspielbereich. Also es ist schon sehr eine eigenartige Geschichte gewesen. Ja, zwei Millionen Euro hat laut der Liste die Gattin des SPÖ-Wirtschaftskammerfunktionärs Ernst Riedl bekommen. Der war zuvor Vorsitzender des Glücksspielapparatebeirats der Stadt Wien, wo innerhalb von sechs Jahren von 4036 zur Prüfung eingereichten Novomatic-Spielautomaten kein einziger geprüft wurde. Wie ist die Tätigkeit oder besser gesagt die Untätigkeit dieser Kommission zu erklären? Naja, das ist relativ einfach. Ich war ja da hautnah dabei, weil das eben 2000 begonnen hat. 2000 wurde dieser Spielapparatebeirat vom Bürgermeister Häupl eingesetzt. Der Herr Riedl war der Vorsitzende. Und dann waren noch etliche Leute drinnen, aber zum Teil Leute, die nicht aus dem Glücksspielbereich kommen. Teilweise auch von der Polizei und Beamte. Und dieser Spielapparatebeirat hätte die Aufgabe gehabt, die Software der Automaten zu kontrollieren, ob sie dem Veranstaltungsgesetz entsprechen. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätten sie sie freigeben sollen. Und da ist einmal die lustige Geschichte, dass der Spielapparatebeirat 2000 eingesetzt wurde und 2007, sieben Jahre später, die erste Sitzung gehabt hat. Also es wurden sieben Jahre lang diese 4000 Automaten, die du angesprochen hast, wurden durchgewunken, ohne irgendeine Kontrolle oder irgend sonst was. Dann ist ein sogenanntes Büro installiert worden, wo dieser Spielapparatebeirat getagt hat. Und dort wurden tausende Seiten kopiert und aufgelegt, wo sich kein Mensch, wenn er nicht ein Insider ist, ausgekannt hat, was da drinnen war, Expertengutachten. Und aufgrund dieser Unterlagen wurden dann Automaten zertifiziert. Allerdings, jetzt muss man sagen, nur vom Spielapparatebeirat. Die Stadt Wien, die dann im Nachhinein beschuldigt wurde, die Automaten konzessioniert zu haben, das stimmt nicht. Das geht ins Leere. Die Stadt Wien hat selber nach dem Beitritt des Nebeninterviews bei mehreren Prozessen ausgesagt, dass die Stadt Wien lediglich eine Anzahl von Automaten bewilligt hat, aber nicht die Software. Das wäre Gegenstand des Spielapparatebeirats gewesen. Da gibt es noch lustige Anekdoten natürlich darüber. Und was da passiert ist, das ist ganz einfach nicht nachvollziehbar. Na gut, ich fasse zusammen. Bisher war der Spielerschutz der Politik offensichtlich überhaupt kein Anliegen. Der Strache sagt ja im Ibiza-Video den berühmten Satz Novomatic zahlt alle. Später hinten im Video tut er dann ein bisschen differenzieren, sagt Novomatic zahlt dann alle drei. Also ÖVP, SPÖ und FPÖ sind gemeint. Ganz aktuell ist die FPÖ in Salzburg dran, am Spieler, einem Glücksspielgesetz, was zu ändern. Was ist da gerade los bei der Frau Swarzeck? Ja, ich habe das auch gehört, habe das auch verfolgt über Medien und war auch im Fernsehen zu sehen. Mehrere Interviews dazu und man muss das ganz hart sagen. Ich habe ja gehört, dass auch in Niederösterreich sogar angedacht wird, das Automaten-Glücksspiel auszuweiten. Jeder Politiker, der kleines Glücksspiel so genannt unter dem Deckmantel der Legalisierung wiederbeleben will, der gehört sofort abgezogen von seinen Positionen. Weil das ist ja die Argumentation, die in Salzburg herrscht, ist ja so, gut, jetzt waren Wahlen am Wochenende und vielleicht sind Akkorten neu gemischt, weil es hat der letzte Bürgermeister in Salzburg, war der Herr Schaden, der sich geweigert hat, aus dem Glücksspiel Geld anzunehmen. Also für die Stadt, nicht für sich selber, also für die Stadt, das war der letzte Bürgermeister. Jetzt hört man überhaupt nichts, weder vom Landeshauptmann noch sonst was in der jetzigen Zeit. Und dieser Vorschlag, der jetzt aus Salzburg kommt, weil es die Polizei nicht fertig wird mit dem illegalen Glücksspiel. Jetzt vergeben wir tausend Konzessionen. Das heißt, man bekämpft die paar Automaten, die alle paar Monate entdeckt werden, die illegalen, und dafür installiert man tausend neue Automaten. Wobei es nicht wurscht wäre für den Spielsüchtigen, ob er sein Geld bei illegalen oder bei legalen verliert. Das Argument ist nur, dass die Stadt bzw. das Land dadurch Mehreinnahmen erzielen kann, ein paar Millionen Euro. Und jetzt muss ich natürlich die Frau Swazig fragen, wissen Sie eigentlich, woher diese Mehreinnahmen stammen? Die stammen zum Großteil von kranken Leuten. Weil Spielsucht ist eine anerkannte Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation. Und ein Großteil dieser Leute schmeißt, sei gehört, dass sie eh eigentlich kaum richtig zur Verfügung haben, in die Automaten hinein. Und wenn man dann sagt, ich will als Stadt oder als Land Mehreinnahmen lukrieren, das ist ja wieder jeder Bevölkerungsschicht. Es geht ja gegen die eigenen Leute. Dann ist gesagt worden, die Polizei wird beim kleinen Glücksspiel nicht Herr bei diesen illegalen Geräten. Wenn man das beobachtet, der Finanzminister oder in Salzburg ist alle zwei, drei Monate eine Jubelmeldung in irgendeinem Medium, wo drinnen steht, wir haben schon wieder eine illegale Spielhülle ausgehoben. Da waren zehn Automaten drinnen mit ein paar tausend Euro. Und wieder, und dann kommt der Finanzminister, stellt sich hin und sagt, die Polizei arbeitet ja großartig. Und wieder eine Spielhülle ausgehoben. Und wir bleiben weiter dabei, das kleine Glücksspiel zu bekämpfen, das illegale. Naja, lieber Herr Finanzminister, Sie können es ganz einfach bekämpfen, indem Sie endlich einmal die Einsätze anpassen an das, was eine Realität ist. Das, was 50 Cent war und nicht 10 Euro, wo die Bevölkerung arm wird. Aber das ist nur ein Teil. Nur in Salzburg muss ich sagen, wenn ich wenige Automaten, erstens einmal, ist einmal die Polizei sehr tüchtig und sind selbst in der Lage, diese Automaten auszuheben. Da brauche ich keinen Zurufe, keinen Zuruf der Politik und vor allem auch keine Lobeshymnen, weil die Leute lachen ja drüber. Wenn ich alle drei Monate reingehe oder zwei Monate reingehe in die Öffentlichkeit und sage, jetzt haben wir wieder 10 Automaten entdeckt. Und weil ich 10 Automaten entdeckt habe, wo ja ohnehin kein normaler Mensch spielt, weil du kommst so in diese illegalen Automatensalons, die meist von ausländischen Banden betrieben werden, kommst ja sowieso nur rein, da sind Kameras und Türöffner und Securities. Und was weiß ich, da geht ja sowieso kein normaler Mensch hinein. Und wenn ich das bekämpfen will, indem ich 1000 Automaten legal neu aufstehen lassen will, das ist wie wenn ich einen Hochausbrand mit Benzin löschen will. So kommt mir das vor in Salzburg. Wie müsste ein Glücksspielgesetz aussehen, das tatsächlich Spielerschutz einfordert? Ja, das Erste ist einmal, dass mir keiner erklären kann, warum wir in Österreich 5000 VLT-Automaten brauchen. VLT sind die Videolotterie-Terminals, die von normalen Glücksspielautomaten ja nicht zu unterscheiden sind. Die haben lediglich den Unterschied, dass sie zentral vernetzt sind. Aber wer braucht das in Österreich? Wir sind ein kleines Land und wir haben in jedem Bundesland, in jedem Bundesland, ein schönes, großes Casino mit hunderten Automaten, wo das Land Österreich beteiligt ist und zumindest eine gewisse Kontrolle jetzt hat, nachdem man es teilweise privatisiert hat. Und das ist okay. Und jetzt fragt man sich, warum, für was brauche ich zusätzlich an jedem Eck einen Automaten? In Wien, was hat man in Wien prophezeit? In Wien hat man prophezeit, wenn die Automaten wegkommen, dann brechen die ganzen Gastronomiebetriebe zusammen und das fällt weg und das fällt weg. Und die spenden an den Fußball und was weiß ich, was noch alles. Was ist passiert? Wien steht noch immer und es geht nicht schlechter, weil viele Straßen von diesen unsäglichen Glücksspielokalen befreit sind. Wirst du dich weiterhin in diesem Kampf engagieren? Natürlich. Aber aus mehreren Gründen. Es geht mir darum, dass das Zerwürfnis, das ich begonnen habe oder das sich herauskristallisiert hat mit diesem Glücksspielkonzern im Jahr 2015 schon und dann 2016 vor Gericht gelandet ist, war eigentlich keine großartige Sache. Das wäre zu Regeln gewesen, das hätte man ausdiskutieren können. Ich bin heute noch nach wie vor überzeugt, dass meine Klage vollständig gerechtfertigt war. Das ist eben so, aber da schwamm drüber. Aber das, was ich sicher nicht vergessen werde, ist, dass mich mit Einverständnis des Glücksspielkonzerns dieser genannte Lobbyist mittels dieser Sachverhaltsdarstellung versucht hat, ins Gefängnis zu bringen. Der hat nämlich diesen Unsinn, was er ja längst widerrufen hat, dass ich versucht hätte, den Glücksspielkonzern zu erpressen um 25 Millionen Euro. Da stehen 15 Jahre Gefängnis drauf. Das ist sowas von absurd. Ich habe mir in deinem ganzen Leben noch nie jemand erpresst und werde auch nie jemand erpressen. Und das vergesse ich nicht. Das ist nur durch viele Zufälle, durch Glück und vor allen Dingen durch den Zustand und den Umstand, dass ich alles dokumentieren kann und nur die Unterlagen habe alle. Nur dadurch ist das verhindert worden. Und jetzt hat sich das alles gedreht. Jetzt sind auf einmal die anderen Beschuldigte und ich war immer unbescholten und bin auch heute unbescholten. Und jetzt hat sich das alles gedreht. Und das Ganze geht ja noch viel weiter. Man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass ich 14 Jahre lang Partner war dort, jetzt habe ich ja auch die Automatenabrechnungen. Weil ich war ja beteiligt an den Automateneinnahmen. Und das Glücksspiel war nicht nur illegal, wie durch den OGH festgestellt, durch das Höchstgericht, sondern schon die Erlangung der Konzessionen 2001 und laufend dann waren ja völlig illegal. Ich habe die Abrechnungen, die Stimmen, die Konzessionsinhaber mit den auf den Abrechnungen aufstehenden Aufstellern stimmen überhaupt nicht überein. Also auch das war bereits illegal. Das ist doppelt illegal. Siehst du in der Politik auch Kräfte, die die Problematik des Glücksspiels, des Automatenglücksspiels im Speziellen erkannt haben und die was dagegen tun wollen? Natürlich. Es ist so, also die Politik ist generell nicht korrupt, wie viele behaupten. Also ich bin in der privilegierten Lage, dass ich eben durch den Umstand von Rapid sehr viele Politiker kennengelernt habe, von allen Fraktionen, die im Parlament vertreten sind. Und wir haben im Nationalrat 183 Mitglieder. Und ich vergleiche das immer mit diesem berühmten Apfelkorb. Wenn du in diesem Apfelkorb einige wenige drinnen hast, die mit dicken schwarzen Würmern verfault sind, die stecken dann die Gesunden an. Und genau so passiert es eben auch im Parlament, weil auch im Parlament sitzen eigentlich Lobbyisten, das Glücksspiels, wenn man die Reden hört, was da für Reden geschwungen werden, von tausenden Arbeitsplätzen und von Millioneneinnahmen. Aber es fehlt mir der Hintergrund, kein einziger dieser Abgeordneten, die so sprechen, erklärt mir, woher diese Millioneneinnahmen kommen. Und das habe ich schon vorher gesagt, das kommt eben von kranken Menschen. Und jetzt wird natürlich diese neue Sache, die im Gespräch ist, in Bayern, glaube ich, ist es schon fix, dass diese Bezahlkarte für Migranten kommt. Das wird ein Niederschlag fürs Glücksspiel. Weil, warum? Das ist ja bewiesen, dass eben diese armen Teufel, die zu uns kommen, mit Migrationshintergrund, die verstehen ja das gar nicht. Wenn sie die Werbungen sehen, was das sind, die sehen jubelnde Menschen. Bei den Werbungen fürs Glücksspiel, ich habe in 14 Jahren keinen einzigen Jubeln gesehen, in den Lokalen. Aber das wird eben vorgegaukelt. Und das ist die Karotte, die man diesen armen Leuten hinhängt. Und jetzt, wenn diese Bezahlkarte kommt, dann haben die nur Zugriff auf die lebensnotwendigen Sachen, aber kein Geld fürs Glücksspiel. Und das wird ein massiver Einbruch sein. Das heißt aber, du hast noch eine gewisse Hoffnung, dass es tatsächlich auch besser wird bei uns. Natürlich. Die Hoffnung, erstens einmal, die Hoffnung stirbt nie. Man muss optimistisch sein und dann ist noch was passiert. Ich habe jetzt in diesen letzten Jahren, wo dieses Verfahren gelaufen ist, sehr viele Politiker und Journalisten kennengelernt. Und da ist eines für mich auffällig gewesen, da ist ein Großteil Frauen dabei. Unheimlich taffe Frauen, die ihre Meinung nicht hinter dem Berg halten, die keine Angst haben und teilweise sehr jung sind, sowohl bei den Politikerinnen als auch bei den Journalistinnen. Und das muss ich ehrlich sagen, das stimmt mich schon optimistisch, weil eine Frau eine andere Empathie hat und einen anderen Zugang dazu. Weil die Frauen denken vielleicht an ihre Kinder und ich wünsche keinem Menschen, dass er ein Kind hat, das in diese Spielsucht hineinfällt. Na dann könnte ich ja fast wieder am Schluss sagen, möge diese Übung gelingen. Peter, danke für das Gespräch. Gerne. Das war die 96. Folge von Schäuber fragt nach. Ich hoffe, das Zuhören war für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Win-Win-Situation. Wenn Sie einen konkreten Nutzen daraus ziehen wollen, dann hören Sie auf meinen Rat und vermeiden Sie gleichermaßen Sportwetten wie Glücksspielautomaten. Das wäre für Sie garantiert finanziell eine Win-Win-Situation. Mit Erkenntnisgewinn über die FPÖ rechne ich nächste Woche. Da wird die Autorin des Falter-Blogs Blauland, Nina Horacek, mein Gast sein. Vor heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber Die gegen Novomatic erhobenen Vorwürfe werden von Novomatic bestritten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Falter identifiziert sich nicht mit den von Dritten gegen Novomatic erhobenen Vorwürfen. Die gegen Novomatic erhobenen Vorwürfen. Vielen Dank.